Zum Thema Bekleidung im Gespräch. Ist eine gepflegte Jeans im Gespräch schon salonfähig, also außerhalb der Banken- und Versicherungsbranche? Weil das sind tatsächlich noch so die konservativen Branchen, wo das oft noch gefragt ist. Also ich habe jetzt gerade mit einer Bank hier in Hamburg zu tun gehabt, die das nicht mehr machen. Fand ich auch spannend. Aber das nehme ich halt immer so als Beispiel. Aber du fragst, ob eine Jeans okay ist für ein Vorstellungsgespräch und da kann ich dir sagen, absolut. Und bei dir war auch wieder ein Schlüsselwort in der Frage, nämlich wenn es eine gepflegte Jeans ist und nicht die, die schon von alleine steht, wenn man sie auszieht oder die diese ganz modischen Löcher hat, dann kannst du supergut mit einer Jeans zum Vorstellungsgespräch gehen.